2012 ist mittlerweile 14 Tage alt. Wir prüfen die Vorsätze. Weniger Alkohol, mehr Bildung. Okay, das kontrolliere ich jetzt auch mal. Weniger Alkohol, kannst mich mal anhauchen. Das riecht komisch, aber nicht nach Alkohol. Wer ist momentan Bundeskanzler? Angela Merkel. Bundespräsident? Christian Wulff. Mehr für die Schule zu lernen. Mehr für die Schule lernen bedeutet, du hast die Stringtheorie überprüft. Was für eine Theorie? String. Dann sag mir, was 16 mal 4 ist. 64. Streber. 13 mal 18. Wie sieht es aus mit der Stringtheorie? Kennen Sie die auswendig? Nein, aber er kennt sie. Stephen Hawking's Stringtheorie. Ja, sehr interessant. Für Laien zumindest. Fruchtzwerge zu essen, damit du größer wirst. Ja, das stimmt. Das könnte nicht schaden bei mir. Ich bin Batman. Was sich Fuß bricht. Dass er seine Haare verliert. Dass er eine Glatze kriegt. Weil seine Haare sind dem das Wichtigste. Ich habe mir gar nichts vorgenommen. Butter. Isなく. Schlüssel. Was ist das Wichtigste! Was ist da tiene Nutzen? Wie geht es da? Inse allez Pause. Was ist das lustiger? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.